Hi Leute, gestern war ja chinesisches Neujahr und wir haben uns entschlossen zu Nomi Restaurant zu gehen. Wir haben drei Standorte in Berlin, schaut mal wie schön die Dekoration war. Nomi ist bekannt für seine bunten Nudeln, ich hab mir pink nie einmal bestellt. Hier seht ihr übrigens deren Nudelübersicht. Meine pinken Nudeln kommen einmal mit Rinderbrühe und das Fleisch sah richtig gut aus. Also pinke Nudeln hatte ich wirklich echt noch nie. Dann haben wir uns noch einmal grüne Nudeln mit Kimchi bestellt, boah es war richtig scharf. Und die Suppe war einfach mega lecker. Dann hab ich mir noch einen Ingwertee bestellt, die Tassen waren übel süß. Und Nachtisch darf natürlich nicht fehlen, ich hab mir einmal so einen Schokokuchen geholt und so einen Matcha Cheese Case. Hab mir direkt Nachschub bestellt, weil es so lecker war. Wenn ihr aus Berlin kommt, dann gönnt euch.